hier ja komm her, hab ich dir da hingeworfen so, jetzt werden wir jetzt so gut nur noch mehr Kaktusgrüben brauchen oh ne Paddy, kennst du das wohl, ja? ja, was? ja, sogar sehr gut habt ihr schon mal gesucht, dadurch? im alten, weiß ich noch ja Paddy, du hast doch ne Range wahrscheinlich, oder ne, Heiko hat ja eine ja, genau wie kann ich mal kurz die ID sagen, weil es gibt ja mehrere die waren schnell einfach äh ja 30.100 die ID ist 83 aber für was brauchst du die? für die kann man nur die Dinger abbauen ach so, ich brauch die, um zum Beispiel die See-Generatoren abzubauen und Generatorgangs mit der Hand abbauen ja, du kannst das ja gleich, glaube alles mit der Hand abbauen den Geothermal-Generator aber nicht ja, dann probier halt mal mit der Mensch mit welcher ja, ich weiß, ich meine, ich brauch die so nicht wo bist du denn? der stinkt normalen Range, oder? ne, ich hab's nicht so über so ich will's jetzt aber nicht ausprobieren oh ah doch, geht ne, geht ich hab's doch scheiße, Alter das abbauen nur rechts ja, sneaken und rechtsklicken aber es geht nicht der kam jetzt wieder normaler ja okay, ich baue das jetzt nicht mehr ab du brauchst ja gleich weg dich hin ja, eben warte, wo bist denn? hier, ach nee, halt, das war Patty ach egal ich bin da 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 oh oh Gott, wir werden so viel Energie brauchen für diese haben sich davon nicht noch welche da haben wir noch eine Bad Box dann brauche ich Kabel, wir haben noch sieben Kabel, Respekt haben wir noch Copper Paddy Keins mehr Jep, habe ich gesagt also doch wir haben noch, ok Brauchst du noch irgendwie Kupfer für irgendwas, oder? Äh, gerade im Moment nicht Ok, da kommen 6 raus Ja, ok, für Ja komm, einmal mache ich noch So, jetzt habe ich 1,3, sieht das reicht Hoffe ich Gold Gold Wo denn Wo denn irgendwas Also du hast eine Bad Box hier oben Dann hast du eine Bad Box hier, warum auch immer Ich wollte ja noch Und jetzt Einen Generator Machen Generator Ups Tor Uhhh 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 n man hat von dir gar nicht mehr peri was du so machen ich bin nicht gerade an mit sechs Prozent zu werden okay Prozent Bruchschweißen der Mensch dass sie da haben das war Heiko Sanzer ihr könnt mich auch nicht die 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 richtig die die das das die nicht wie schnell es vergeht ja die mal gappen richtig viel ja lol was hast du hier unten hingebaut ja den Magmafabrikette äh Lavawänder ja die Engine füllt hm die Engine füllt sich richtig schnell welche Engine oder die Energie meine ich ja in dem Ding ja ich weiß weil es gerade anders zum testen war es ist eigentlich sinnlos weil ich die Lava die der verbraucht die der erzeugt wieder benutzt um neue zu erzeugen aber trotzdem nur zum testen voll krass äh kannst du aus dem coolverweis alles zu tun geht schnell ich wollte mir eine Ranch bauen äh du hast hier einen Magmafabrikette du hast da Lava ähm Lava erzeugt mit wer ich? ja w-w-was hab ich? du hast da ist ein Magmafabrikette und mit dem erzeugst du gerade Lava aber warum? ja der ist oben guck mal wieviel der Energie speichern kann 36.000 ja aber was hast du mit dem? weiß ich nicht die Lava kann man ja irgendwie verwenden das sind 7000 MB das ist viel ja nehm und die 36.000 Megajoule sind auch richtig viel ja die muss man mal da raus machen die Lava was ist 6... ah ups es ist nur blöd dass der da oben steht weil wir können die Lava da nichts einfach raus machen ja doch auch mit ner Leitung oder? ja aber da brauchen wir ne ewig lange achso ja du warst nicht so schlau platziert hast recht nehm wir mal vom Sto da brauch ich unbedingt auf dich ja nimm ihn mal weg ja und hier deine Range noch Ich brauche ihn nicht. Halt zu. Nimm sie trotzdem. Geht wieder so schneller, das Lava. Erzustellen. 5, 6, 7, 8. So. So.